da gibt mir sportgetränk naja wenigstens etwas da bin ich schon mal ganz zufrieden mit so jetzt müssen wir hier irgendwo was machen alter der schatten war echt mies voll gescriptet aber cool immerhin eine schöne idee muss ich sagen mit schatten spielen er das war schon noch eine ecke geiler aber man kann so viel ich will ich freue mich schon richtig auf dead island reptile das wird super endlich wieder ein richtiges geiles horrorspiel hallo wie pump ganz voll ich lieg da ein bisschen rum ja schön ne pump gun ist doch mal was nettes muss ich sagen da können wir doch mal was mit anfangen wo müssen wir jetzt hin weil sollten wir nicht hier gerade rein theoretisch oder warum müssen wir jetzt wieder zurück hä warum muss ich denn jetzt die pump gun suchen verstehe ich nicht sehr seltsam so ich will natürlich jetzt hier noch weiter durchsuchen die die den ort so vorne steht einer zwei das ist natürlich immer nicht ungefährlich dann müssen wir mal gucken wir ob wir das machen wo ein komm müssen wir jetzt hier gucken ob hier einer ist aber da sind aber echt viele ohne scheiß wenn ich jetzt schieße da war echt ein problem so kommt es fällt nicht auf das fällt nicht auf das fällt nicht auf ja dann hast du es auch nicht verdient mich zu futtern wenn du das schon verkackt junge schade schade sehr sehr traurig der arme junge aber gar hier ist wasser okay wasser können wir uns aber nicht irgendwie können der bringt uns nichts dann gehen wir hier noch mal weiter gucken ob hier irgendwas am pool versteckt ist irgendwie aber nicht labber der hat uns gesehen ja komm weg mit mir da sehen die zack ja noch hübscher aus von starcraft alter drei stück ja gut wenn wir das unauffällig machen dürfte es eigentlich hingehen klappen einer weg doch zweite weg der kämpft okay bevor der andere kommt beeilung scheiße ah 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 oh gott das ist nicht gut das ist nicht gut weg mit dir lol jetzt treffe ich trottel nicht mal boah alter ich wollte mich doch verarschen äh ah 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 oh ja ja ah pfff pfff in Deus stirb Nimm mal, das ist nötig. Das war hart, aber geschafft. Oh, da ist gesperrt, da kommen wir nicht weiter. Ist da was drin? Keine Ahnung. Wenn es natürlich gesperrt ist, dann soll es auch nicht allzu sehr interessieren. Ah, vielleicht interessiert uns ja das hier. Brauchen wir mehr Futter und mehr Trinken und mehr Essen und alles. Ja, nice. Das hat sich doch gelohnt. Der Kampf war übrigens echt gar nicht so schlecht verlaufen, gerade gegen drei Gegner. Ich glaube, ein oder zweimal getroffen. Das ist schon nicht schlecht. Dafür haben wir jetzt ja hier wenigstens noch ein Getränk bekommen und ein bisschen Munition. War da was? Ne. Das war nur eine optische Täuschung für mich. So. Sehr schön. Wir können nochmal hier die Ecken abchecken. Abchecken. Ach, die Ecken abchecken. Oh Gott. Sehr schön. Hier können wir bestimmt wieder nicht rein. Immer. Reinrennen wollen wir natürlich nicht. Hier, das ist doch ein schönes Auto. Und können wir das hier nicht mitnehmen? Das ist auch nur so ein Zweisitzer. Das bringt uns ja auch da nicht allzu viel. Oh. Hallo. Ja, genau so kannst du bleiben. Aua. Oh oh. Da sind wir wieder erkannt worden. Das ist ein alter Hexe. Oh 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 oh. Die gibt es jetzt sogar zweimal. Lass mich. Alter. Oh 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 oh. Weg mit dir. Jawohl. Das war es hier, oder? Oh Gott, ey. Wenn die Musik so laut wird. Schock. 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 So, jetzt gehen wir mal mit dem Ziel nach. Wann ist schon wieder einer, ey. Oh Mann. Aber so erkennen die uns alle nicht. Lol. Alter. Alter am Arsch. Ich hab doch R1 gedrückt. Ja, genau. Fick dich doch. Nein, du hast mich nicht erkannt. Hä, 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 hä. Hab mich tatsächlich nicht erkannt. Oh mein Gott. Dummes Vieh. So. Oh oh. Ach, das war der, der Polizeiofficer ist gestorben. Jetzt verstehe ich, weswegen wir da hin mussten. Aha. Ich verstehe. Okay, da sind noch so viele, die da rumlaufen, da wollen wir nicht lang. Da hab ich ja ehrlich gesagt keine Lust drauf jetzt. Aber ich hab Lust, dich kaputt zu machen. Nackt. Schädel gebrochen. Durchbrochen. Vernichtet. Okay, das klappt nicht. Oh Gott. Wir müssen uns gleich heilen. Nach dem Kampf. Und zwar dringend. Und zwar dringend. Oh, da sind drei Gegner. Oh, das ist nicht gut. Shit. Shit, shit. Oh, da ist noch einer. Wie die wieder alle nachgespawnt sind. Das ist doch echt mies. Mies und unfair. Oh, oh. Scheiße. Hammer geil, Junge. Haben die zwei uns erkannt. Ist klar. Gar kein Problem. Ja, sicher. Und dann treffen die mich auch noch wieder. Goll. Alter. Daneben. Du musst schon treffen, Arsch. Hey, so geht das ganz gut. Oh, 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 oh. Wie viele sitzen denn da hinten noch rum? Schon wieder so viel wenig Futter. Fuck. Fuck, Leben hier, ey. Ich will aber jetzt nicht schießen mit der Pistole. Das wäre schlecht. Ich würde jetzt gerne an den Revolver da hinten kommen, weil wir ja schon so ein bisschen Futter aufgebraucht haben. Deswegen kämpfen wir jetzt trotzdem nochmal. Oh, ja, so ist gut. So ist gut. So ist gut. Bleibt so. Bleibt genauso. Sehr schön. Ha, 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 ha. Geil. Aber fett. Dann können wir uns jetzt hier die Munition holen. Der Revolver, der hier lag. Zack. Hi there. Haben wir nice. Haben wir schon zwei Revolver. Cool. Nehmen wir natürlich mit. Wäre ja verrückt, wenn wir das nicht tun würden. Ach, na toll. Jetzt ist hier auch noch was los. Olaloy. Hier ist ja richtig viel los. Alter, wir sitzen jetzt die ganze Wache voll. Ohne Scheiß. Ich will nicht, dass die ganze Wache voll ist. Müssen wir ja jetzt hier wieder die ganzen Zombies kaputt machen. Bevor sie uns nachher von hinten alle ficken. Schleichangriff. Cool. Aber nice. Und. Jawohl. So, jetzt stehen die bestimmt gleich alle auf. Okay, vielleicht auch nicht. Hm. Das ist echt witzig. Ich höre die ganze Zeit hier einen Zombie, aber dann ist hier keiner. Ah, kommt jetzt hier wieder links um die Ecke einer? Leute. Irgendwo ist... Ich will mich doch verarschen. Am Arsch. Du kleiner Pisser. Alter. Alter, richtig zieht aus. Mann. Mies. Sehr mies. Den kann ich nicht durch. Achso, hier müssen wir hin. Hallo. Ich habe ein System. Palmetto Estates are still evacing civilians to safety send my daughter there get there right quick squad 910 lee is a you okay erreichen sie einen der wagen draußen okay scheiß auf den campingplatz oder was scheiß drauf sag ich mal wie sie erreichen wir den denn jetzt oder wollen wir jetzt so ein polizei wagen nee schon hier lang schon wieder wo kommt ihr denn immer her bist aber auch jetzt nicht noch was ne boah wenn denn auch guck an oh 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 alter wollten wir grad das oh wem kann das denn nochmal das geräusch oh hallo wie viele kommen denn hier wieder erreichen sie einen der wagen draußen ich würde sagen den haben wir jetzt erreicht lol alter der jess ist jetzt tot oder ist jetzt ein zombie hammer geil what the fuck okay sehr schön cool hammer nice ja super das heißt der jess ist jetzt tot wir sind nur noch zu zweit mit warren badford yes hammer geil ja leute das ist ja wieder eine aufregende session für mich ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen abreagieren das spiel macht schon spaß ich muss sagen man hat ihm umrecht getan wenn ich dem 42 prozent gebe aber ich bin auch wirklich im walking dead fan zumindest hauptsächlich von der serie die bücher möchte ich gerne lesen oder da fehlt mir die zeit aber das werde ich bestimmt auch noch irgendwann nachholen ich bedanke mich fürs zusehen ich freue mich wenn ihr auch wieder einschaltet bei let's play the walking dead survival instinct things